Im Rahmen unseres knapp zwei wöchigen Campingurlaubs in Venedig nutzen wir zum ersten Mal seit 2019 wieder unsere Dometic CombiCool ACX35 Absorber Kühlbox anstelle eines Mietkühlschrankes. Zum einen sind wir in der kühleren Nebensaison unterwegs, weshalb ein Großteil der Getränke nicht mehr im Kühlschrank gelagert werden muss und zum anderen sind wir an einem neuen Ort, wo das Mietangebot entsprechend eingeschränkt ist. Wir haben uns die Dometic CombiCool ursprünglich zusammen mit unserem allerersten Faltkarban zugelegt, da uns diese vom Händler, welcher mit derselben Kühlbox in Kroatien unterwegs war, wärmstens empfohlen wurde. Auch wenn das Modell ACX35 in der Zwischenzeit von Dometic durch das Modell ACX330 abgelöst wurde, hat sich an den Spezifikationen nichts geändert. Die Absorber Kühlbox ist 50 cm breit, 44 cm hoch, 44 cm tief und bringt gerade einmal 14 kg auf die Waage, wodurch sie damals perfekt in den sehr kleinen Deichselkasten unseres Camblet Classic Faltkarawans passte. In die Kühlbox hinein passen insgesamt 31 Liter Inhalt, wobei der entsprechende Kühlraum 41 cm breit, 34 cm hoch und 22 cm tief ist. Im Lieferumfang ist übrigens zudem noch eine kleine Eiswürfelschale enthalten. Der eigentliche Clou an der Dometic CombiCool Absorber Kühlbox ist allerdings der absolut geräuschlose Betrieb und das sowohl mit 12 Volt Gleichstrom im Fahrzeug, 230 Volt Wechselstrom auf dem Campingplatz oder direkt mit Gas für die autarke Nutzung an ganz entlegenen Orten. Wir haben uns damals übrigens für die 30-Milibar-Version entschieden, damit wir diese notfalls mit dem bestehenden Gassystem unserer Faltkarawanküche hätten betreiben können. Die nächst grössere Variante in Form der Dometic CombiCool ACX40G bzw. neue ACX340G würde übrigens zusätzlich noch über eine vierte Option, nämlich dem Betrieb mit handelsüblichen Gaskartuschen verfügen. Allerdings hätte diese dazumals nicht in unseren Deichselkasten gepasst, weshalb wir uns für das kleinere Modell entschieden haben. Alle ACX-Modelle verfügen über eine stufenlose Einstellung der Kühlleistung, wobei diese maximal bis 30 Grad Celsius unter der Umgebungstemperatur hinunterkühlen kann. Und genau da stiessen wir 2019 im sonnigen Italien bei Hitzewellen um die 40 Grad an die Grenzen der Absorberkühlbox, weshalb wir im Jahr darauf auf einen Mietkühlschrank mit Kompressor umgestiegen sind. Zudem sind auch die Kinder etwas älter und damit der Hunger grösser geworden, weshalb 31 Liter für unsere Zwecke schlichtweg nicht mehr ausreichen. Aus diesem Grund werden wir uns im kommenden Jahr voraussichtlich eine Dometic CFX bzw. CFX3 Kompressor-Kühlbox mit 74 oder gar 93 Liter zulegen, welche auch bei über 40 Grad keine Probleme mit der Kühlleistung bekommt. Allerdings kostet diese dann auch in etwa das Fünffache unserer Absorberkühlbox. Dies bringt uns auch schon zum Fazit der Dometic CombiCool ACX 35 bzw. ACX330 Absorberkühlbox. Auf der positiven Seite stehen der absolut geräuschlose Betrieb, die maximale Freiheit in Sachen Energieversorgung mit Gleichstrom, Wechselstrom und Gas, das stabile und praktisch unzerstörbare Gehäuse der Kühlbox sowie der mit 200 bis 300 Euro sehr attraktive Preis der ACX-Modelle. Demgegenüber stehen die maximale Kühlleistung bis 30 Grad Celsius unter der Umgebungstemperatur, eine fehlende Temperaturanzeige und mit 31 bis maximal 41 Liter ein gerade für Familien etwas zu kleiner Inhalt. Wer jedoch höchstens zu dritt und bei Temperaturen unter 34 Grad unterwegs ist, dem können wir die Dometic CombiCool ACX Absorberkühlboxen auch weiterhin nur wärmstens empfehlen. Bis zum nächsten Mal und frohes Campen!